Hey Leute, der Griver hier. Ich wollte mal ein kurzes Channel-Update-Video machen. Auch wieder richtig schnell hintereinander. Ich dachte eigentlich, ich mach's zuerst ein bisschen später, aber... Wir haben die 100 Abonnenten geknackt. Wir sind jetzt bei 113. Und es ist in den letzten Tagen wirklich extrem viel passiert. Also, ich hätt wirklich nicht gedacht, dass durch dieses eine Spiel das so am Ausrasten ist. Wenn man halt vorher mal so meine Videos angeguckt, ich hab so immer, ja, bis von 10 bis 30 Aufrufe, bis hier mal 70 Aufrufe gehabt. Und dann mach ich einmal hier dieses Spiel, was halt wirklich komplett neu war. Und krieg hier gleich von 5 Tagen 2000 Aufrufe. Das ist schon heftig gewesen. Also damit hab ich absolut nicht gerechnet. Da muss ich mich auch nochmal bei allen Zuschauern und Abonnenten bedanken, die jetzt momentan bei mir sind. Und ich hoffe, das bleibt auch in der Zukunft so. So, wie geht's weiter, nachdem wir den Meilenstein geschafft haben? 100? Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber es ist in so kurzer Zeit schon recht gut, auf jeden Fall. Ähm, ich mach auf jeden Fall weiter mit Oxygen Not Included. Werd jetzt aber nicht immer nur sinnlose neue Let's Plays rausbomben und immer wieder das Gleiche machen. Ich versuche halt, wie gesagt, so Tipps und Tricks zu geben. Hab jetzt auch noch ein Video bald zum Hochladen mit einer Base, die schon ein bisschen mehr in der Zukunft spielt. So ein bisschen weiter ist, wo man halt ein bisschen mehr auch von den Endgame-Sachen sieht. Und was ich auch halt hoffe, ist, dass die jetzt das Spiel nach und nach auch ein bisschen verbessern, erweitern. Hier und da vielleicht noch an den Zahlen so ein bisschen tweaken. Dass man, wie gesagt, nicht immer zu wenig Wasser hat oder sonstiges. Die vielleicht auch neue Sachen hinzufügen. Andere Geräte, neue Sachen, mit denen man anders was herstellen kann. Sowas halt. Und dann würde ich auf jeden Fall, wenn irgendwas neu ist oder verbessert wurde, gleich ein neues Let's Play machen. Und versuchen dann das auch alles gleich zu zeigen, was halt verändert wurde. Gleichzeitig mache ich natürlich meine anderen Let's Plays trotzdem noch weiter. Auch wenn jetzt hier die Views zu wünschen übrig lassen. Aber ich habe damit jetzt angefangen und ich will die wenigstens beenden. Auch wenn es jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen länger dauern kann, dass ein Video hochgeladen wird. Aber ich mache das auf jeden Fall weiter. Sodass die Leute, die jetzt vielleicht schon gucken, da auch ein Ende dann auch sehen. Und das ordentlich beendet wird, sage ich mal. Und was jetzt auch demnächst kommt, das kann man sich auch jetzt schon bei vielen Let's Playern angucken, ist dieses North Guard. Das Spiel kommt in circa einen Tag raus. Einen Tag, sechs Stunden. Ist auch ein Early Access Spiel dann erstmal. Und das werde ich auch auf jeden Fall mal anfangen, weil mich das Spiel halt so vom Stil und von dem Spielablauf halt interessiert. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Also davon werden auf jeden Fall noch ein paar Videos kommen. Aber ich bleibe auch trotzdem noch bei Oxygen Not Included. Das wird immer noch mein Main Spiel jetzt sein. Gerade mit dem Erfolg hier wäre das echt nicht klug von mir, wenn ich das jetzt einfach lassen würde. Aber ich will es halt nicht so zu doll recyceln, sage ich mal. Deswegen, wie gesagt, warten wir auf Updates, Erweiterungen. Und dann können wir immer gerne neue Spiele anfangen. Beziehungsweise vielleicht mache ich einfach auch Livestreams. Die hatte ich jetzt auch bis jetzt gute Erfahrungen. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Von daher werden da auch ein bisschen mehr davon kommen, denke ich mal. So, und ich, wie gesagt, wollte mich einfach nur nochmal bedanken bei all den Leuten, die jetzt in letzter Zeit gesuppt haben. Und auch bei denen, die natürlich von Anfang an mit bei sind. Und ich hoffe, wir haben weiterhin viel Spaß zusammen. Ihr guckt mir gerne zu. Ich höre auf eure Kritiken und Anregungen. Gehe auf eure Fragen halt ein, so gut ich kann. Und dann gucken wir mal, wie weit wir den Channel hier bringen können. Es hat mich auf jeden Fall gefreut. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage erstmal, tschü tschü, bis dann.